Musik Seit das Gebäude der ehemaligen Fachhochschule am Alten Markt abgerissen wurde, hat sich viel getan. Das neue Viertel am Alten Markt feierte in diesem Jahr sein Richtfest. Und soll nach Plänen 2025 oder 2026 fertiggestellt sein. Dann wird die neue Mitte Potsdams fast vollständig rekonstruiert sein und das Bild, wie es einmal früher ausgesehen hat, vervollständigt sein. Musik 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 Musik